Mit Cutout wird jeder zum Freistellexperten. Ich bin Markus Bauer. Ich zeige euch jetzt, wie ihr mit Cutout diese Dame mal eben nach Paris versetzt und zwar mit einigen wenigen Mausklicks. Ihr wählt dieses Bild einfach aus und dadurch, dass wir hier vor einem einigermaßen einfarbigen Hintergrund sind, nämlich vor einem ganz normalen blauen Himmel, verwenden wir das Chromakey-Metting-Verfahren. So sieht's aus. Ihr nehmt einfach diese Pipette, klickt dann auf den blauen Bereich im Hintergrund und seht ihr, was passiert. In Sekundenbruchteilen wird das Motiv freigestellt. In dieser Ansicht könnt ihr dann noch ein paar Fehler anzeigen lassen. Ihr seht, weil die Jeans hier auch blau war, wurde das Blau hier auch ein bisschen entfernt und ein bisschen Transparenz ist drin. Das wollen wir hier nicht. Deswegen verwende ich das Polygon-Werkzeug und fahre diesen Bereich mit gedrückter Shift-Taste einfach nochmal ein bisschen nach, damit auch alle Teile der Hose mit ausgewählt und somit in das neue Bild wandern. Das gleiche mache ich mit diesem Grashalm hier auch noch. Einfach hier kurz markieren. Zack, die Sache ist fertig. Nochmal in der Transparenz anschauen. Einmal OK übernehmen. Den Hintergrund auswählen. Die Silhouette von Paris auswählen. Die junge Dame so hinsetzen, dass sie ins Bild passt. So zum Beispiel. Einmal OK klicken. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal beschneiden, damit ich einen richtigen Bildausschnitt habe. Und zack, fertig ist das Ganze. Ihr habt gesehen, Bildmontagen in wenigen Mausklicks in ein paar Minuten. So einfach geht es mit Franzis Cutout. So. 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 Vielen Dank.